Kunst ist tot. Ein Gassenröntgen von Friedrich Schiemer-Peskador. Bitte kuratiere mich. Bitte kuratiere mich. Bitte kuratiere mich. Es ist auf eine instabile Geistesverfassung, sowie auf einen frühkindlichen Hang zum Schwimmen schließen. Im zweiten Buchstaben deutet sich bereits die pathologische Neigung an die sphärischen Strukturen der Natur. Unbekannter Künstler ohne Titel und Tod. Gummikunststoff auf Doppelmörtel verputzt. Buchpreis für 100.000 Euro. Provenienz lässt sich weg. Bitte nicht berühren. Bitte nicht berühren. Bitte nicht berühren. Eltern haften für ihre Kinder. Bitte nicht berühren. Würde ich bereuen, wäre ich nicht tot. 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 Würde ich bereuen, wäre ich nicht. Der Muse Holdes Destillat ward eingepfercht in ein Kurat.